Hallo liebe Enjoyler, wir sind fertig mit dem Partystep 100 Step Kurse mit Les Mills und hier sind die Teilnehmer total verschwitzt, aber noch lachen sie. Oder wieder, ja genau, ich habe ein paar Fragen an die Teilnehmer. Erste Frage, seid ihr froh, dass ihr es überstanden habt? Auf jeden Fall, ja. Also kann man nur weiterempfehlen, echt für Ausdauer, einfach tiptop, also auch sonst die Animateure 1A. Patrick ist zum ersten Mal mit dabei und hat gleich die harte Sache mitgemacht und trotzdem empfehle ich es weiter. Also hört drauf und kommt mal vorbei. Respekt. Genau, wie geht es den Instruktorinnen? Seid ihr noch am Leben? Sehr gut geht es uns, vor allem wir müssen den Teilnehmern einen dicken Applaus geben. Wir haben das volle Programm gemacht. Wir haben sonst die 45 Minuten Athletic und die 60 Minuten Classic. Hier haben wir alle Tracks reingepackt, die gingen anderthalb Stunden, höchstes Niveau. Die Teilnehmer haben bei 40 Grad gezeigt, was sie drauf haben. Das ist effektives Cardiotraining, oder? Was meinst du? Besser geht es nicht. Besser geht es nicht. War einfach ganz, ganz toll. Respekt. Also für mich auch. Das ist eine klasse Leistung. Ich mache jetzt auch gleich ein Training, aber ich werde wahrscheinlich nicht so hart machen wie jetzt die hier. Und ich will euch mal kurz zeigen, was wir hier alles haben. Die Trainerinnen haben sich total Mühe gegeben hier mit der Dekoration. Es gibt auch die speziellen T-Shirts. Genau, LMI Step. Und? Und auf dem Rücken. Ja. Fitter with every step. Okay, super. Jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal mit dabei. Alles klar? Wir erwarten euch. Juhu!